Himmel auf Erden ist ein Zoffinger-Couvet. Und was hat jetzt Kaffee mit Zoffingen zu tun? Auch das nach dem Intro. Und zwar sind fünf Freunde von Zoffingen zu mir gekommen und haben gesagt, sie möchten einen eigenen Kaffee haben. Und so sind wir gemeinsam mit der Rösterei, haben angefangen Kaffee zu mischen und daraus ist das Couvet entstanden. Ein Kaffee, der den Charakter, die fruchtige Noten vom Catura aus Nepal bringt. Dann ein Catuai aus Mexiko, der das Nussige bringt. Und dann aus Indien, ein Old Paradenia, der das Herbe, das Rauchige bringt. Alles vereint in einem wunderschönen Couvet. und dann Complex polygon. Two decisionenubaiert 900-866-5304 Prozentente. Bis zum nächsten Mal.